In diesem Video geht es um die Funktionsweise einer Gravitationsdrehwaage. Eine Gravitationsdrehwaage besteht aus zwei größeren Bleikugeln, hier in grün dargestellt, und zwei kleineren Kugeln, die an einem dünnen Seil mit einem kleinen Spiegel befestigt sind. Nun dreht man die zwei schwereren Kugeln, sodass diese sich den kleineren Kugeln annähern. Durch die Anziehungskraft zwischen den Kugeln verdrehen sich das Seil und der Spiegel. Ein dünner Lichtstrahl, der auf den Spiegel gerichtet ist, trifft nun in einem anderen Winkel auf den Spiegel. Dadurch verändert sich auch der Reflexionswinkel. Der reflektierte Lichtstrahl trifft nun auf eine andere Stelle auf dem Schirm. Mithilfe dieses Versuches kann man das Gravitationsgesetz von Newton nachweisen. Die Anziehungskraft ist zum einen abhängig von den beiden Massen und zum anderen vom Abstand der beiden Massen. Das Gravitationsgesetz lautet folgendermaßen. Die Anziehungskraft